Auf Aufnahme, das sieht übel aus. Warte, dann mach ich lieber noch mehr. Oh, oh, oh. Oh, komm. Mach das Heck hoch. Ja. Alter, wo sind wir? Ich bin unter der Map. Sind wir drunter oder extrem hoch? Unter. Scheiße. Machen wir mal. Ey, wir sind oben drüber. Guck mal, wir sind oben drüber. Ich bin unter, aber... Siehst du das da? Wir fallen doch gerade, oder? Ja, aber wenn du durchguckst, dann ist das doch unter. Aber wir gucken doch von oben drauf, oder gucken wir durch? Wie durch? Ich seh's nicht, das wackelt so extrem. Das ist ein Wack. Lass mal ausrecken, lass mal ausrecken. Ich kann auch lenken. Okay. Oh, jetzt raus. Der Wack ist wieder hier. Guck mal. So, okay. Also, wir sind versteckt im Klackenbell und wollen 10 Millionen Sterne haben. Bei 5 ist einfach schon. Genau. Also ich. Ja, du, ich hab immer noch nur... Oh, vor allem, dass die nichts umhauen, gell? Ah, SWAT kommt. Aber doch zu uns. Okay, können wir kälen. Pass auf, pass auf. Oh ja. Oh, der, der lebt noch. War mir nicht. Ey, die steigen sogar aus. Ist die behindert? Okay, der ist tot. Der ist verbrannt. Da kommt ein Heli. Heli. Wo fliegen die denn hinterm Haus, oder was? Oh ne, hier oben. Über uns. Oh, scheiße, die fliegen so blöd. Ich weiß nicht, ob der anhält. Die Raketen brauchen ewig, bis sie hingeflogen sind. Oh. Ist ja kein... Komm, mach ich mal mit. Ist ja kein, kein Auto. Polizei, kein gar nichts. Ah, der vorne kommt Polizei angefahren. Hey, boah. Yay! Ha! Ach, schau, den Heli hast du. Ne, nicht den Heli. Polizei, Autos. Weil da steht gerade, der Heli. Ah, ich seh! Muss ein bisschen weg gerade. Weil die suchen mich, ich bleib stehen. Und so nah kannst du Dingsen. Scheiße, ne, mir ist... Ne, mir ist gleich... Ich gucke, ich gucke. Ja, ich... Ich achte darauf. Fuck, die schießen, die schießen auf mich. Okay, warte. Oh, das war das falsche Auto. Fuck, der fliegt... Ne, der fliegt mit mir mit. Der fliegt mit mir mit, der Kerl. Okay. Ja, übel. Scheiße, scheiße. Jetzt darf ich nicht verrecken. Ich geh nochmal rein. Oh! Was ist denn hier? Oh, ich muss... Ich muss mich verziehen. Ich komm jetzt zu dir reingefahren. Mit einem anderen Auto. Alter, der Typ kommt bei uns rein. Auch mit dem Auto. Ne, blockt der jetzt nicht Eingang, oder was? Ja, jetzt geht der Währung. Ich bin tot. Okay. Hier kommen Granaten reingefahren. Das ist wahrscheinlich er. Ich muss mich nur kurz mit dem Auto heilen, dass ich zu dir rein kann. Ich hab nur noch ein Viertel. Ich hab doch einen Raketenwerfer, so. Komm. Die kommen... Die wollen zu dir rein. Ich bin tot. Nein! Da kam er nach vorne mit. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ja, aber es kam nix. Atemberuhig. Ach! Scheiße! Ich steh im Klack im Bell, mein Auto brennt. Ich muss rein. Oh, fuck! Komm! Ich steh auf dem Auto. Und ich hab's geschafft. Oh, ich hab's geschafft. Oh, ich hab noch Millimeter... Alter, warst du hinter mir? Ey, das Auto ist noch ganz das andere, ne? Krass, ey. Ey, brennende Hölle hier, ne? Guck mal, man kommt nicht mehr rein, ohne abzubrennen, ne? Oh, ich bin wieder tot. Ich hatte nur einen Millimeter, ey. Wie viele Sterne hast du? Immer noch vier. Alter, jetzt hat er das Auto geklaut, der Penner. Ich schieße das Auto ab. Ja, ich hätte noch eine Raketenerver anzubieten. Peng! Weg ist er. Hier ist noch ein Squadron. Oh, scheiße. Ich stecke in dem Scheiß-Restaurant hinten in so Stühlen drin. Ah, ne, ich bin wieder da. So, da guckt er der Idiot. Ich will mir mein Scheiß-Auto klauen. Jetzt will er mich doch messern. Ist er behindert? Junge, rauchst mit so was. Ist von der freie Junge? Oh, sieht's frei aus. Seid der Fick-Schnitzel. Oh, du Fick-Schnitzel, Junge. Okay, warte, ich geh. Ich komm raus. Boo! Oh, ich brauch schon mal wie ein Fahr-Energy. Ja, ich auch. Ich hab hier ein Auto. Also hier vier Sterne. Guck mal, steck mal ein. Da ist ein Auto. Oh, Junge. Guck mal, wie böse der eigentlich ist. Der will mich schlagen. Geht los. He's mad. Ich freu uns erstmal heilen. Boah, Swat. Oh, noch ein Burger-Shot. Guck mal. Perfekt. Das ist unser. Hab ich gehört, das ist unser. Oh, ich bin ausgestiegen. Ich merk's grad. Aber schau, dass man hier nicht reinspringen kann, ey. Die Dino. Oh, der hat zwei Eingänge. Der ist nicht gerade so cool. Oh, der ist echt nicht cool. Das stimmt. Oh. Oh, ich bin tot. Oh. Die Swat, Leute. Haben sie mich umgedeht, ey. Kommen die rein? Scheiße. Nee, nee. Die waren vor dem zweiten Eingang. Die kommen rein. Ja? Ja, ich hab ein Problem. Ich steig schnell ins Auto. Ich versuch zu fliehen. Ja. Ich glaube nicht. Oh, hinter mir sind sie auch. Nein, die Scheiße. Guck mal rausfahren, dann sind wir nicht die Fickbeschweine. Oh, hier ist ein Swat für Auto wieder. Tramme ich doch direkt. Hier fliegen wieder die Helis rum. Kommen wir uns nicht hier ab. Ich schieße auf den Swat-Wahn, ey. Und der fährt einfach weiter. Oh. Oh. Leg dich erstmal hin. Mein Auto. Rutsch mal rüber. Yay. Fahr mal noch kurz zur Schaukel, oder? Ja, klar. Ah, ja. Mit Swat wäre geil schaukeln. Oh, stimmt. Ja gut, komm dann lass nochmal eins. Da ist noch. Da war noch eins. Der ist da rüber gefallen, oder? Ja. Worüber den das nicht direkt finden, oder? Dann mach ich nochmal kurz Aufnahmestoff. Das ist der Final Knall. Ganz schlau. Und. Und go. In's andere Schwimmbad bin ich gefreut. Ich habe es geschafft, ich habe überlebt.